es ist vollbracht logan hat seine transformation abgeschlossen hallo und herzlich willkommen zurück ich bin hier gerade so ein bisschen wer war das wenn mir ein pfeil an die kamera vorbeigeschossen ich glaube das geht ja nur kann ja mal probieren wo sind unten weil der hat justiziar pfeile geil lebt er noch okay jetzt nicht mehr siehst du einfach nur pfeile vorbeifliegen und ich glaube das war es gut da kann ich erwarten es reicht eigentlich schon ich will nur erwarten dass es tag ist das ist nicht tag hey für drei stunden warten so lange warten er macht ein autosave dabei das ist katastrophal es ist gute skyrim stürzt dadurch dann nicht ab ruhig transform oh ups ja hier für die damen logan hat jetzt gelbe augen wieder faszinierend so fagel brauchst du nicht an wir haben auch lange irgendwie so kein foto mehr gemacht von ihm an sich so sehr schick wollen wir nochmal gucken er hat justiziar pfeile die hätte ich gerne ja sicker ich nenne sie jetzt justiziar pfeile klingt geiler so und alle oder diverse leute sind zu mir nach oben gelaufen als ich den massaker angerichtet habe da guck mal da hat schon keine arme mehr da 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 gut nach drin müsste ich auch nochmal müssen ja schließend nach hinweisen suchen und die werden sicherlich drinnen sein 칸 kommt hier an zwergen pfeuern nen djudi 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 Titi. Titi. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht ärgern. So. Zack, zack, zack. Und in die Rüstkammer. Schokolade. Ich habe hier Schokolade liegen. Das finde ich super. Hätte ich vorher nehmen müssen. Macht meine Stimme weicher. Boah, guck mal. Grafik. Äh. Holztür. Sie brach mein Herz. Das machen sie alle. Die Frauen brechen doch kein Herz. Na gut, außer die Schlimmsten. Und die Bösesten. Aber die haben es dann auch nicht anders verdient. So. Ach, da kann man eigentlich nur sagen. Dumm für denjenigen, der fremd geht. Ich muss nachdenken. Mein Howdy ist aus. Mein Howdy ist an. Zu viele. Was ist denn das für ein Typ? Ich habe eine Idee. Oh, mein Gott. Mist. Mist. Nein. Das funktioniert nicht. Das war mir ein bisschen so viel hier, Leute. Okay, ich glaube, das ist ein Gefühl für Frost. Das ist eine Argonia, ey. Es sah gerade für eine Sekunde lang aus wie Sophia. Er hat jeden Schreck gekriegt. Ihr wollt hier wohl allerwenigsten in den Nacken stechen. Mit dem Schwert. Nicht, was ihr wieder denkt. So. Zack. Amethyst. Sehr gut. Ist natürlich nicht ganz so gelungen, wie ich das eigentlich wollte. Ich wollte ursprünglich die zu einem Ort hinschicken. Und die dann halt nach und nach mit dem Pfeil und Bogen kaputt schießen. Leider waren sie schlau genug herauszuhören, von wo der Schrei kam. Das war sie nicht ganz so gut. Naja, aber Hauptsache, wir haben es. Wo geht es denn hier entlang, bitte? Ne. Sophia, umkehren. Voller Elan springt sie mir ins Gesicht. Hätte ich auch nichts gegen. So. Da unten ist eine Tür, denke ich. Eine schon gefunden. Oh, so ein Brot habe ich hier in der Küche. Die haben es gut gedeckt hier. Das sah so aus wie, komm her und stirb. Ja, toll. Ich muss da hin und sterben. Lageräume. Aha. Ich speichere jetzt bewusst nicht, weil es gibt immer ein Autosave. Der zum Beispiel jetzt kommt. Bitte. Was sind das hier? Mega Küros. Banditenstraßen rüber. Nein. Das war dann der Straßenröhe von mir. Schränke, Schränke liegen umher. Lalalalalala. So. Pst. Niemand. Die lernt aber dazu. Das finde ich cool. Finde ich schon irgendwie niedlich. So. Ich höre Leute. Das ist halt auch bestimmt einer mit russischem Akzent. Naja, Gonia habe ich zumindest gehört. Hallo. So langsam tun die weh. Eine ewige Heilung und alles wie sie hier. 260. Apotheus Amor. Okay, was auch immer das sein soll. Hm. Verbarrikettierte Tür. Ein halbes Waffenarsenal. Gold. Lebensmittel. Boah, okay. Eine Tür. Was? Abgebrochen? Hä? Gott, ihr habt es gerunkelt. Hat mich voll irritiert. Boah, nebenbei zwei in der Halte. Das ist ein dickes Ding. Alle Truppen brechen sofort auf. Befehle. Ihr sollt die Docks übernehmen und die Verschiffungen aufhalten. Haltet eure Augen nach Objektdorfen. Irgendwann möchte, dass wir es finden. Und wenn uns das gelingt, gibt es eine große Belohnung. Haltet die Docks, bis ihr weitere Befehle bekommt. Wenn Zuflucht vonnöten ist, nutzt Yalmas Rüstkammer im Nordosten. Leutnant oder Lieutenant Kolgrim von Stahlgarde. Aha, das sind also unsere Gegner. Zeigt Angna die Befehle. Zeigt Angna Gnade. So, und das reicht auch erstmal für heute. Ich bin nicht mehr in der Lage, Dienstag wieder aufzunehmen. Und dann wird es Skyrim sein. Ich gucke nochmal, ob ich noch eine Folge machen kann. Oder machen soll. Aber ich glaube nicht. Ach, Zeit reicht eigentlich nicht mal. So, danke fürs Zusehen. Ich bin nicht mehr in der Lage, Dienstag. Ich bin nicht mehr in der Lage, Dienstag. Ich bin nicht mehr in der Lage, Dienstag. Untertitelung des ZDF, 2020